Und da sind wir auch schon wieder zurück ich kann ich kann ich kann nicht ich kann nicht die Mannabeast du verstehst du was passieren, wenn ich ihn verletze? nur diese Wiese kann die Mannabeastung zurückbringen ohne sie kann die Mannabeastung nicht existieren und das bedeutet ohne sie kann die Mannabeastung nicht existieren ohne sie kann die Mannabeastung nicht existieren sie werden existieren was? ich bin richtig, nicht ich? wie kannst du mich das machen? oh komm es ist nicht so, ich werde sterben oder etwas mein Welt der Spriten und Elemente die Mannabeastung einfach werden von dieser das bedeutet, dass ich dich wiedersehen will seh, wenn wir nicht die Mannabeastung dein Leben ist fertig, richtig? nicht mehr über die Spriten planten, animals, Menschen und Spriten werden keine Chance mit der Mannabeastung gott es? du hast die Mannabeastung es ist dein Job zu retten die Welt du kannst du weg von diesem du hast du du hast doch gesagt du hast mit der Mannabeastung du hast du hast dvd du hast Wenn du sicher bist. Duh. Weren't you listening? Let's get going. Take up the sword. We'll cast our mana magic on it. Then the true mana sword will appear. Okay, let's do an analysis. I don't know what we expect. But let's analyze it first. Okay, there's nothing to do with it. It takes more than that. Auf was müssen wir jetzt zaubern? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also ich hätte jetzt gesagt, okay. Er muss mit dem Schwert zuhauen. Wie gesagt, deswegen ja Analyse, weil ich diesen wollte. Wird ja Zauber, der am effektivsten ist. Okay. Ähm, dann... Nein. Und du kriegst von mir... Hier. Ist er tot? Unsicherheit, wa? Thanks! Nee, das ist noch nicht. Ah! Water! It takes more than that! Come on, Undine! Cure water! Thanks! Woohoo! Weil wenn ich Magie-Abwehr anwende, muss ich Schokolade und so viel essen. So viel steht schon mal fest. Ja, machen wir das mal. Woah! Jetzt mal ernsthaft. Wie soll ich ihn besiegen? Mit letzter Kraft, bis ich da lokal als Ware gesteilt hätte. Somit die Macht im Mana lang. Doch die Monster wütet weiterhin durch die Lande um die Welt zu retten. Entstehen sich keine Ahnung. Ja. Oha! It takes more than that! Obwohl wir Magie-Abwehr haben? Oha! Oha! Andi! 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 Magie-Abwehr, ok. Magie-Abwehr. macht auch nicht mal schaden an der also kann mir mal irgendeine tp komplett hier ich bin immer noch der meinung dass ich irgendwie aber wie wo waren denn die blitzscheiben ach so du hattest blitz da kann mir mal bitte irgendeiner sein jetzt funktionieren soll ich will mich nicht das ist das ist das ist Ah, der bisher wurde getroffen, aha. Er wird vom Reinen nicht getroffen. Ich teste nochmal, ob Magie wieder funktioniert oder ob wir immer noch in der Abwehrphase sind. Ah, das ist irgendwie nicht... Oh, funktioniert schon wieder. Wie will man dem ausweichen? Geht ja gar nicht. Ich kann mich jetzt jahrelang heilen. Okay. Hm. Weil ich hab keine Ahnung... Danke. Oder muss ich versuchen, dein Schwert zu treffen? Das kann natürlich auch sein. Ich hab mir gesagt, wir zaubern auf dein Schwert, aber was? Hm. Hm. Geht mehr als das! Geht mehr! Geht mehr! Geht mehr! Geht mehr! schaden ich habe keine ahnung wie das funktionieren soll ich überlege gerade ob ich mich töten lasse das viel hat also auch magie abwehr das bedeutet eigentlich bringt uns das nicht das mit magie zu beschießen aber wie dann wie können wir etwas was mit magie also irgendwas muss ja mit dem mann so wir fangen mal an dann kriegen wir alle licht so Jetzt habe ich den Bomber. So, nimm jetzt mal Licht. Also Licht hat zumindest 45 Schaden gemacht. Du hast... Geheim? Geheim. Geheim. Das ging nur aufs Mana-Schwert? Das ging wirklich nur aufs Mana-Schwert. Mana-Magie. Schauen wir mal. Ich habe mit Licht-Schaden immerhin 45 Schaden gemacht. Geheim! Geheim. Es wird mehr als das. Tut vonEndine angeben. Gemeinsam Wasser. Danke! Sie sind das wirklich! das ist die frage warte mal wir zaubern hat poppy denn auch einen neuen zauber weil der sagte mir gar nichts okay okay ich hoffe sagen wir mal so ich hoffe dass ich das geheimnis gelüftet habe und ich hoffe nicht dass er mich jetzt tötet sehr schön die bekomme hier also ja es gibt schaden was jetzt Also ich habe ihn jetzt mit beiden Mana Sachen getroffen Oder mit beiden Geheimsachen Aber Mana Schwert Wiederhergestellt Oh Äh Okay Interessant Dann laden wir auf Kann es sein, dass ich Beide Mit beiden Geheimsachen Also wie es jetzt genau funktioniert Ich bin mir noch nicht verstanden Aber ich habe beide Zauber drauf gemacht Das Mana Schwert ist jetzt anscheinend wiederhergestellt Das ist interessant Ich musste es aufbauen komplett Um dann überhaupt Schaden zu machen Und ich habe keine Ahnung Wie viel dieses Monster hat Wenn ich jetzt im Durchschnitt ausgehe Von 5000 und ich habe gerade meinen 5000er Hit gemacht Äh 500er Hit gemacht Und ich kann denen hier nicht ausweichen Außer mich gegen zu heilen Ähm Eventuell kann ich ja Ne Also Das hat sich zwar angehört Als wenn ich Schaden gemacht habe Oder muss ich da weiterhin den Zauber drauf halten Das weiß ich halt nicht Also Es ergibt sich mir immer noch nicht Ah guck mal Das Mana Schwert ist schon wieder abgeklungen Ah ok Das scheint wirklich so zu sein Ich muss jedes Mal Zauber 1, Zauber 2 drauf machen Damit ich dem Vieh überhaupt Schaden zufügen kann Also natürlich am besten Wenn ich auflade Ja Okay Da reichen auch normale Angriffe Ich muss halt nur abwarten bis er voll ist Und dann Gucken dass das Mana Schwert so lange aktiv ist Wenn er dann kommt Aber gut zu wissen Da gesehen Schwert ist abgeklungen Jetzt einmal Dann du Kannst du ihn schon heißen? Ja Doch ging Ich weiß nicht wie viel Leidt Komm einmal noch Dann habe ich dir 2000 Schaden zugefügt 2,5 Ah schade Na komm hier Alle nochmal her Aber gut Sie wissen wie es funktioniert Ich frage ist Ist das jetzt das Finale oder nicht Ich überlege ob ich den Kampf auslage Das kann doch nicht sein, dass sie genau in dem Moment Dann Na 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 Nein Wollt 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Es muss doch noch voll sein, ey. Es muss auch noch voll sein. Das ist heftig. Okay, dann haben wir herausgefunden, wie das zumindest funktioniert. Das war schon mal ein Anfang. Aber ich weiß immer noch nicht, wie viel Life der hat. Das ist halt so heftig, finde ich. So, weil wenn ich jetzt direkt heile... Das war schon voll. Das war schon voll. Das war schon voll. Das hat nicht gereicht. So, wir schnapponieren schon mal eine Walnuss, weil es wird eng. So, und du... Da ist jetzt die Frage, ist das auch vom Zauberlevel jetzt abhängig? Oh! Ich kann den Angriff wirklich abwehren. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Das war schon abhängig. Aber sie hat sich abholt. Rechte noch. Bisse! Oh! Oh! Man ist schwer. Jaaa! Wow! Das war's. Die Mana bestießt dort. Was? No! They're gone. We couldn't even say goodbye. Not them, too. I... I'll never forget you. Ever. Me neither. Or Dialog. We have to be strong. Like they were. We have to survive. The mana beast is turning into... Snow. Oh! Damit haben wir... good of mana durch das jetzt richtig sehr durchgespielt wir haben nicht alle waffen orbs gefunden leider gott ist wir haben nicht alle zauber und alle waffen nach oben gebracht dazu hätte man viel mehr gründen müssen aber eine schöne erinnerung an früher ein 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 Das ist eine Indie-Cart. Dann lassen wir den Abspann mal zu Ende laufen, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönen Monat, schönes Jahr. Und sage Tschö, bitte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.